Was war das Lustigste am Tarantino für dich? Das Lustigste? Ja, das Schönste. Also ich glaube, das Schönste war die Arbeit, die wir hatten im Vornherein. Weil das Erste, was wir gemacht haben, oder die erste Übung, die wir gemacht haben, wir haben geflucht auf Englisch. Wir haben uns alle in den Kreis gestellt und haben angefangen zu fluchen. Und jeder muss seinen Lieblingsenglischen Fluch sprechen. Und dann haben wir so alle durcheinander. Das war eigentlich ziemlich cool. Und dann die unterschiedlichen Art und Weisen zu sterben und über Popkultur zu sprechen und nebenbei irgendwas total Krankes zu machen oder so. Das war eigentlich ziemlich cool. Tarantino ist ja schon ziemlich abgedreht. Ja, auf jeden Fall. Kann man das überhaupt improvisieren? Kevin hat schon gesagt, diese eigentlich recht komplizierten Storylines. Ja, ich glaube, als ich gestern Regie geführt habe, habe ich mich im Gegensatz zu Kevin vorhin hingestellt und habe gesagt, weil Tarantino sich in den letzten 20 Jahren so stark verändert hat, dass wir mehr oder weniger den Fokus auf dieses Modern-Crime-Ding gelegt haben. Und ich sage mal so, es ist natürlich so eine Impro-Geschichte, dass du drei Handlungsstränge oder zwei Handlungsstränge nimmst und die dann versuchst, natürlich ineinander zu verweben. Eigentlich ist es gar nicht so weit entfernt von Impro-Formaten wie zum Beispiel Drei-Milieus oder so, wo man mit Drei-Milieus anfängt und das Ganze dann irgendwie ineinander verwebt. Ich glaube, es erfordert ein ganz hohes Maß an Aufmerksamkeit, an Konzentration. Und das merke ich auch irgendwie. Ich bin nach dem, also wenn ich, keine Ahnung, irgendwie im Ratibor-Theater spiele, dann bin ich zwar danach auch fertig irgendwie, aber es hat klare Strukturen. Und wenn ich mir das allerdings hier anschaue, dann musst du die ganze Zeit irgendwie bei der Geschichte sein, bei deiner Figur sein, irgendwie gucken, dass man diese Passengers reinbekommt und so weiter und so fort. Und ich glaube, die Aufmerksamkeit ist umso höher, je komplexer praktisch die Struktur der Geschichte ist. Wie stirbt man denn besonders eindrucksvoll? Gibt es da irgendeinen Tipp oder habt ihr irgendwas herausgefunden, was besonders gut kommt? Also was wir leider nicht gemacht haben, aber was wir im Workshop gemacht haben, ist jemanden zu verwunden, sehr stark, und dann ihn langsam sterben zu lassen. Oder man stirbt langsam sozusagen. Und das ist natürlich sehr eindrucksvoll, dass man, also ich sag mal so, ich glaube, was sehr entscheidend auch bei Tarantino, und nicht nur bei Tarantino ist, sondern wenn man Gewalt erzählen möchte, ist der Kontrast, der Kontrast zwischen zwei Sachen. Und zwar auf der einen Seite die Brutalität des Vorganges und auf der anderen Seite die Gleichgültigkeit desjenigen, der die Brutalität ausübt. Ich glaube, je stärker die Brutalität auf der einen Seite ist und je gleichgültiger die Person auf der anderen Seite ist, umso brutaler und umso krasser wirkt das Sterben an sich. Und der Überraschungsmoment, also das ist eine Seite, und dann kann natürlich auch der Überraschungsmoment sehr krass sein. Ja, genau. Aber es bleibt auch ein comichaftes Sterben, oder? Es geht nicht darum, möglichst viel Leid zu zeigen, oder? Bei Tarantino. Ja, natürlich. Ich sag mal so, Tarantino ist natürlich jemand, der auch sehr viel mit Comics, der sehr aus der Comic-Ecke kommt. Also der auch, man sieht es ja bei Kill Bill zum Beispiel, wo er auch im Comic-Stil arbeitet, vor allem bei Kill Bill 1. Ähm, und natürlich ist es, ist es, ähm, ja, ich sag mal so, wir haben uns, wir haben ja mit Bananen zum Beispiel gearbeitet und mit Konfetti. Ich meine, wir hätten natürlich auch gucken können, dass wir, obwohl es nicht ganz einfach ist, aber dass wir richtige Waffen, also so, so, Dingswaffen bekommen, und eventuell auch mit übelst Blut rum hätten saunen können. Allerdings war das auch so ein bisschen so, wo ich gedacht hab, vielleicht kann man dem Ganzen so ein bisschen die Schärfe auch rausnehmen, was der Tarantino auch teilweise tut, durch, ähm, indem er das Ganze ins Comichafte zieht. Und das haben wir natürlich auch versucht in irgendeiner Art und Weise hinzukriegen, so dass wir halt Bananen genommen haben, dass so ein bisschen zumindest die Brutalität rausgenommen wird. Und das war genau.